Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberian Wars Advanced im Live-Let's-Play in der letzten GDI-Mission, Ground Zero. Hier, im Mittelmeerraum. Oder was früher einmal der Mittelmeerraum war. Und wissen Sie was? Ausgerechnet Nod hat die Zerstörung des Turms bis jetzt verhindert. Die Bruderschaft hat eine ungewöhnlich große Armee vor Ort und scheint den Turm zu beschützen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben. Aber das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie sind in Italien noch nicht fertig. Die Invasoren haben hier eine Art Kontrollknoten. Es ist sicher kein Zufall, dass er am Ground Zero steht. Immerhin ist das der Ausgangspunkt der Tiberium-Kontamination. Laut Dr. Ibrahim steuert dieser Knoten die Tiberium-Verteilung für alle ihre Einheiten. Und ohne Tiberium funktionieren sie nicht. Stoppen Sie die Einheiten. Stoppen Sie die Invasion. Stoppen Sie den Krieg. Commander, ich muss Ihnen etwas sagen. General Granger hält wichtige Informationen zurück. Informationen, die Ihnen das Leben retten könnten. Unter meiner Aufsicht konnte die GDI-Waffentechnik aus dem von Nod konfiszierten Material eine Flüssig-Tiberium-Bombe bauen. Inzwischen stattete ich bereits Ihre Truppen damit aus. Nun, Granger erwartet, dass Sie versuchen, einen Sieg durch harte Arbeit möglich zu machen. Und wieso? Er meint, ich sei eine politische Gefahr für ihn. Wenn mein Plan uns weiterbringt, ist Granger unwichtig. Das denken sicher auch die Medien von ihm. Aber Sie werden Sie als Held sehen, wenn Sie diesen Krieg schnell gewinnen. Hier geht es nicht um mich oder Granger-Commander. Hier geht es um Sie. Ihre Stunde kommt. Machen Sie für sich Geschichte. Nö, hier will ich jetzt nur das reine, gute Ende machen. Ich habe keinen Bock auf das böse Ende. Weil irgendwie mache ich erst das gute Ende oder das böse Ende. Und dann habe ich mal ein schlechtes gewesen, weil das böse Ende für mich dann immer der Abschluss ist. Aber ich will es mit einem guten Ende haben. Na dann, auf geht's. Am Ground Zero befindet sich ein einzigartiges Alien-Gebäude, das GDI-Experten als Kontrollknoten bezeichnen. Dieser scheint die Alien-Verbände weltweit mit Tiberium-Strahlung zu versorgen. Wenn sie den Kontrollknoten zerstören, werden die Alien-Einheiten möglicherweise deaktiviert und die Invasion kommt zum Erliegen. Allerdings ist uns Nod wieder einmal ein Schritt voraus und hat die Aliens auf Magen gegriffen. Beide Parteien kämpfen derzeit um einen zentral gelegenen Hügel in der Nähe von Ground Zero, den sie vermutlich als Ausgangspunkt für Angriffe oder den Bau von Superwaffen nutzen werden. Sie müssen improvisieren. Nehmen Sie einige feindliche Gebäude ein und neutralisieren Sie alle Nord- und Alien-Truppen, die Ihnen in die Quere kommen. Achten Sie aber auf, dass nicht identifizierte Objekt, das sich dem Kontrollknoten nähert. Ich habe ja noch kein einziges Mal ein Gebäude eingenommen, außer das, was als Bonusziel war. ... Stützpunkt in Sicht. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Alien-Truppen. Wir müssen ihn dem Erdboden gleich machen, um die Invasoren aufzuhalten. Die Nord-Truppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Zerstören Sie Ihren Stützpunkt im Norden. Voll aufgegradet. Die haben Raketenwerfer oben drauf. Wird gebaut. Hä? Mammutanzer bereit. Warte, der O... Es ist interessant, dass man bei den Einheiten halt eben so ein... ...so was sieht. Ja... Genau das ist das Problem, aber. Die Frage, schaffe ich das dahin? Wie laden meine Befehle? Bin unterwegs. Ja. Bin unterwegs. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Weil ihr seid doch relativ scheiße gegen... Neue Bauoptionen. Gut, relativ scheiße. Es geht bis gegen... ...Infantarie. Ist das Gebiet sicher? Guter Schuss. Dankeschön. Ich hab zwar nicht geschossen, aber es ist ein guter Schuss gewesen. Unbesiegbar. Unaufhaltsam. Und wo ist der Feind? Ich hab ein Geschenk für euch. Boom. Geht klar. Zeit für ein Feuerwerk. Nein, 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 dann weg euch. Geht klar. Bau abgeschlossen. Bin unterwegs. Mammutpanzer bereit. Da kommt einer nach vorne. Äh... Kommst du da nach vorne? Neue Bauoptionen wird gebaut. Bauarbeiten laufen. Neue Bauoptionen wird gebaut. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Wo ist unser nächstes Ziel? Auf Anfahrt. Bau abgeschlossen. Wohl, jetzt könntest du richtig einnehmen. Ich brauchte nur... ...Infantarie. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Völlige Überlegenheit. Befehl. Ah, der Buzzernet muss da weg. Rick. Komm mal her. Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Sonic Tank. Bereit zu gehen. Vorne, vorne. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Oh, doch. Ah. Die Avan sind so weit. Okay, bau dich so auf. Sonic Tank. Bereit zu gehen. Und rein da. Auf zur Front. Auf zum Tiberiumfeld. So, dann drehe ich jetzt mal um. Völlige Überlegenheit. Wir wären dann so weit. So. Unbesiegbar. Sonic Tank. Bereit zu gehen. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Baut ab Tiberiumfeld. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Upgrade läuft. Upgrade läuft. Bau unterbrochen. Nein, ein bisschen lautscher will ich nicht. Sonic Tank. Bereit zu gehen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ohne neue Bauoptionen. Leadenablink. Wird gebaut. Der Spaltgenerator gehört uns. Der Spalt. Ausgegeben. Obes Ziel erreicht. Einheit wird angegriffen. Bereite Basiserweiterung. Bau abgeschlossen. Sehen wir uns mal um. Kann das funktionieren. Verbreche ich noch einen zweiten. Wird gebaut. Bau wird abgebrochen. Bauarbeiten. Lauf. Ausgegeben. Keramikpanzerung, bitte. Technologie-Syndrom habe ich hier. Nein, das ist das. Bau abgeschlossen. Bau unterbrochen. Wird gebaut. Baut ein bisschen Energie hier. Feuerhawk. Angetaucht und bereit. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Große Energie. Das ist okay. Einheit befördert. Mammutpanzer. Bau abgeschlossen. Oh mein Gott. Auf zur Freude. Das wollte ich jetzt nicht machen, aber es ist passiert. Feuerhawk angedockt und bereit. Ja, dann verkauf es halt eben. Hochstransporter, was brauchen Sie? Transport ist unterwegs. Ey, der nervt doch da hinten. Feuerhawk! Begebt es sicher. Feuerhawk-Musikern für ein Gedockt und bereit. Sonik ist bereit. Ich mag das Sound von dem. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Ungeeigneter Bauplatz. Wo ist es weg? Gebäude verloren. Wird repariert. Egal. Neue Bauoptionen. Unsere Basis wird angegriffen. Abbräder. Lange frei eskript. Tiberiumfeld abgebaut. Gebäude verloren. Sammler verloren. Sammler verloren. Abbräder abgeschlossen. Neues Erlebnis. Einheit wird angegriffen. Zwei Stützpunkt in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. In Sicht weiter. Einheit befördert. Hallo, warum? Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Alles klar. Sorge, zurück zur Basis. Wird gebaut. Kaserne habe ich verloren gehabt. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Feierhawk ist bereit. Wart man sich vor mir ab. Kein Problem. Wir sind startklar. Was ist heute eigentlich? Los geht's. Ja. Der Störsinn ist zerstört worden. Starfeinheit geordnet. Nutt hat einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Der Störsinn ist zerstört worden. Der Nutt-Stützpunkt ist nicht mehr gezahnt. Wir haben ein Eis. Warten. Tempel von Nutt geordnet. Kein Hand mit mir. Egal mein Leben. Eih. Nachladen. Die hauen aber auch rein. Unsere Basis wird angegriffen. Kraliter Kampfer. Ah. Gott sei die nervig. Wir sind startklar. Unsere Basis wird angegriffen. Was kommt? Hallo, was kommt jetzt hier an? Äh. Okay. Hier. Nachschlag. Alles unter Kontrolle. Over there? Affiliate auditions. Gotcha. Unsere Basis wird angegriffen. Ähm. Ordens General. Assuming Control. Meine Befehle. Einheit bezahlert. Ja, Sir. Kettung! Unsere Basis wird angegriffen. Unbesichtbar. Los geht's. Alter. Überrollt sie. Nachschlag. Vorsicht. Verstanden. Oh ja. Eine weniger. Mach die mal bitte weg. Ich regel das. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ach sie fertig. Unterwegs. Danke. Oh mein Gott, ey. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau ab. Schießt du jetzt mal da drauf? Nein. Butterstift müsste ganz normal sein, ne? Voll doch bei Concept Eye. Ah. Nicht lesen. Es geht nicht lesen. Einheit wird angegriffen. Böser. Unsere Basis wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Ab uns Panzer bereit. Feierhauk ist bereit. Ausbilden. Einheit wird angegriffen. Gebäude verloren. Sammler verloren. Scheißnot. Wird repariert. Sammler wird angegriffen. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Angelockt und bereit. Gebäude verloren. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Trooper stehen bereit. Beenden wir die Party. Meine Befehle. Äh. Unsere Basis wird angegriffen. Okay. So, mal sehen, ob wir was jetzt kriegen. Kriegen. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Umgebezahl, wie es ja immer noch. Wird reguliert. Selebrater. Grundsupport. Wollt man, habe ich jetzt mal ein paar Hammerheads. Gehen. Gehen. Wir sind startklar. Roger. Falls sie mit Luchteinheiten ankommen. Roger. Ich euch. At your service. Sure thing. Einheit geortet. Einheit wird angegriffen. Okay. Völlige Überlegenheit. Wird auch damit. Nicht nett. Vorsicht. Drei Sammler habe ich immer noch. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Wird rückwied. Bereit. Meine Befehle. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Mammut einsatzbereit. Ei. Krrr. Unsere Basis wird angegriffen. Wird rückwied. Unbesiegbar. Auf zur Front. Völlige Überlegenheit. Ich bin bereit. Bereit. Meine Befehle sind unaufhaltsam. Okay. Was liegt an? Choo, 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 choo. Dankeschön. Raidersquale ready. Let's get going. Sure thing. Come on Raider. Come on zurück zur Reparatur bitte. Where do you need me? Resonance status green. Sonic's ready. Ready for battle. Sonic's ready. Zurück zur Reparatur. Zone Raider. Run silent. You got it Val. Äh. Hammerhead here. Wo ist der 5. Da? Da. Mal sehen, ob das Mutterschiff hier mehr ausrichten kann als, ähm, Tiberium Essenz. Where do you need me? Our Basis wird angegriffen. Aufzureichende Mittel wird repariert. Wird repariert. Jetzt darfst du nicht so hereingauen. Okay. Feindliche Stützung in sich. Äh. Wollt schon sagen. Hier macht echt keinen Schaden. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Die Bede verloren. Abgegriffen. Ich bin aus der ÖPNN. Ground support on the way. Was ist gerade passiert? Die Bede verloren. Sammler wird angegriffen. Was zum Geier ist gerade passiert? Einheit wird angegriffen. Was zum Geier ist gerade passiert? Unsere Basis wird angegriffen. Ey, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt das hier in der Aushalte, ich mach das. Es hat geklappt. Hey, das Mutterschiff. Mach ich einfach das böse Einde. Das ist mir scheißegal. Was soll ich jetzt noch machen? Ey, schon wieder vom Voranfang? Nein. Ich könnte jetzt hier alle höchstens noch die ausbilden und so. Das ist alles, was ich machen kann. Oh, nur weil ich das Gebäude noch behalten habe. What the fuck? Jetzt ist es mir ernsthaft. Ganz ehrlich, ich verstehe das mit der Tiberium-Ader-Explosion nicht. Hier ist keine Tiberium-Ader. Das sollte nicht so Schaden machen. Das sollte Schaden über Zeit machen, wenn der Tiberium unten drunter ist. Aber hier ist doch kein Tiberium. Ich meine, what the fuck? Geh mal raus. Ihr seid effektiver. What the fuck? Ganz ehrlich. Was soll der Scheiß dann? Das ist einfach nur Bullshit. Man muss eh nur eine Zeit lang aushalten, theoretisch. Genau, das Video. Kommander, gerade erfahre ich von Boyles Plan. Tja, das überrascht mich nicht. Obwohl wir uns in einer hoffnungslosen Lage befinden, warne ich eindringlich vor dem Einsatz der Tiberium-Bombe. Sie beendet den Krieg, aber eine Explosion in der größten roten Zone der Welt? Die Kettenreaktion hätte verheerende Folgen. Und da ist noch etwas anderes. Setzen Sie die Bombe ein, schaffen Sie damit einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall. Wir wären abhängig von Tiberium-Waffen und vom Tiberium selbst. Das widerspricht unseren Idealen, denen der GDI. Wir kämpfen ehrenhaft und tapfer für die Befreiung der Menschen vom Tiberium. Ja. Ich möchte etwas über uns sagen. Wir sind diejenigen, denen das Volk vertraut, dass wir sie beschützen. Wir haben die verdammte Pflicht, das Vertrauen zu rechtfertigen. Ja, es ist riskant und es wird Opfer geben, aber wir sind im Krieg gegen einen Feind, den die ganze Menschheit noch nie gesehen hat. Wenn Sie nicht alles tun, was in Ihrer Macht steht, wenn Sie nicht alle geeigneten Mittel ausschöpfen, diesen Krieg zu beenden, dann enttäuschen Sie jeden Mann, jede Frau, jedes Kind auf diesem Planeten. Tun Sie das Richtige, Commander. Nur das verlange ich. Ja, ja. Ja, tun Sie das Richtige. Was ist eigentlich mit dem Mutterschiff? Hast du überhaupt Schaden gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde trotzdem mal kurz weiter hier noch versuchen. Ja, das ist eigentlich licht. Ich kann ja relativ gut anseitender Sachen zerstören, ist das okay? Ähm, okay. Okay. Das ist ja alles offen. Okay. Das ist aber ernsthaft. Ah, okay. Das muss das Tiberflussbett sein. Weg damit. Nord ist aber immer noch am Leben. Okay, komm mit. Hier ist es sehr tief, besser verteidigt. Okay. Das Gebäude müsste ich... Ja, es ist wirklich sehr leicht erreichbar. Okay. Bis gleich. So, wir versuchen das Gebäude jetzt mal zu zerstören. Ja, mal durch hier bitte. Weg damit. Danke. Jetzt kann die Scheiße nicht mehr ankommen, ey. Ja gut, jetzt sind die tot. Wir sind hier. Jetzt ist aber immer noch besser als... ... die ganze Scheiße, die vorher da war. Ja, haut doch mehr rein, als ihr solltet, ey. Ja, haut doch mehr rein, als ihr solltet, ey. Jetzt bewegt sich doch nicht da vorne. Sollt's repariert werden, oder? Sollt's repariert werden, oder? Nein, da. Auf zur Front. Keine Stufe. Oh, okay. Die habe ich dazu nicht vergessen. Er hört auf, da vorne. Hammerhead, online. Zone Raider. Auf zur Front. Brücke vor. Oh, oh. Shatterer, nicht besiegbar. Einheit für die Überlegenheit. Zone Raider. Shatterer, standing by. Äh, mach doch mal was. Existierst nicht umsonst da vorne. Mammut-Panzer. Unzureichende Mittel. Ready for Zone Ops. Sammler wird bieten. Einheit befördert. Mammut-Panzer bereit. Wird repariert. Checking Calibrations. Heizen wir Ihnen ein. Und tschüss. Hallo. Ich habe D gedrückt, aber okay. Du warst zurück. Zwei darauf, zwei darauf. Warum repariert ihr den jetzt nicht? Hammerhead, online. Hammerhead, hier. Anadam, zurück. Ich bin die Handling. Schönein. Hammerhead, hier. Ich bin die Handling. Die Handling. Wollt-Panzer, sind Sie? Rotor ist entgegen. Wir sind jetzt. Kommen? Wir sind alle. Hammerhead, oben. Ich bin die Handling. Ich bin die Handling. Rotor ist entgegen. Ich bin die Handling. Zwei darauf, auf den Weg. So, ab nach links. Kommt damit. Oh, ich ja. Keine Ahnung, ach der nach vorne. Es wird gebaut. Was brauchen Sie? Da, es hat geklappt! Hey, das Mutterschiff dreht ab! Auf zur Front. Na dann, viel Spaß nach oben. Das waren ja keine Anti-Luft, die hier waren. Na? Trufer sind einsatzbereit. Jawohl. Dann wollen wir mal hier. Die Mission ist so scheiße. Schwer. Einheit befördert. Und das Mutterschiff. Ne, das wird nicht. Ne, das wird sterben. Nett. Ne, meine ich natürlich nicht nett. Zone ist hart. Trufer sind einsatzbereit. Einheit befördert. Was brauchen Sie? Äh... Sammler sind angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Ground support on the way. Vorsicht! Trufer sind einsatzbereit. Sammler verliegen. Zone ist hart. Einheit wird angegriffen. Unsere Befehle? Ab, 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 ab. Ich brauche nach vorne. Zuerg? Zurück! Dammt! Ja, Sir. Oh Gott! Ja, Sir! Betritten, Kampfzone! Eineat허wehrte Zolle Were Es顺激? Gott, wo seid ihr denn hingeflogen, äh? Oh, ich glaube irgendeine davon ist jetzt nicht mehr angegriffen. Doch sind so. Mie egal. Das ist der muss weg. Greif an. Greif halt nicht an, ist okay. Das muss weg. Die Keramikpanzung, naja, man sieht, die hilft halt eben. Wieso? Geht doch da vorüber. Geht doch da. Geht raus. Diese Basis wird angegriffen. Wird repariert. Einheitsbesorgerung. Einheit wird angegriffen. Ja, Sir. Mäden uns zum Dienst. Hammerhead hier. Aua. Mehr habe ich dazu nie zu sagen. System ist engagiert. Copy. Ah, Gott. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Habe ich überhaupt einen... Erntevorgang läuft. Noch eins am Lau. Okay. Einheit wird angegriffen. Mammutspanzer bereit. Einheit bereit. Hier, Firehawk. Los geht's. Auf zur Front. Einheit für mich. Löscht sie aus. Firehawk ist bei Light. Einheit wird angegriffen. Woher braucht ihr mich? Ground support on the way. Warten auf Zielkoordinaten. Wird rippen. Wir sind angegriffen. Wir sind angegriffen. Firehawk ist bei Light. Okay. Muss ich nochmal neu anfangen. So. Gott. Die Nerv... Die tut weh. Hallo? Kräft... Greift noch an. Target acquired. Death from above. Hammerhead online. Ready for service. Let's go. You got it, Val. Und jetzt darf ich... Jetzt ist er wieder verbuggt. Oh, ich hasse es. Oh. Gott, aber die... Tut weh, diese Mission einfach nur die ganze Zeit. Wir sind in Stadklau. Sie bestätigen. Hammerhead online. So, ein Rauf da. Äh... Ich glaube, meine eigene Einerheit ist zerstört. Egal. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer sind einsatzbereit. Waren einfach Stadespanzer. Alles klar. Hammerhead online. So zufrieden. Bereit. Warten auf Einsatzbesiehen. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Wir sind einsatzbereit. Feuer. Ich komme. Hammerhead online. Yummy. Unser Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Samia wird angegriffen. Rotors engaged. Was brauchen Sie? Es geht los. Unterwegs. Ich regle das. Trooper sind einsatzbereit, Zeit zu gehen. At your service. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Hammerhead online. Bau unterbrochen. Hier. Zack. Systeme sind engagiert. Perfekt. Ähm. Oh Gott. Hier speichern. Rotors engaged. Hammerhead hier. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Wird gebaut. We're moving out. So, na dann. Mal ein bisschen hier. Einheit wird angegriffen. Ah, es hat geklappt. Hey, das Mutterschiff dreht ab. Ach nein. Ground support on the way. Einheit wird verabredet. Einheit wird verabredet. Äh, stört sein, dass sie zerstört worden. Einheit wird angegriffen. Ah, der Tempel vor Nord ist bald fertig. Safety off. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Unzureichend. Da musst du bis nach hinten mich verfolgen. Ich will auch meinen Freiraum hier haben. Hallo. Sanja wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ey, 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 ey. Jetzt muss ich nur das da oben irgendwie. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Wir kriegen. Sehr schön. Mit damit. Mit dem. Oh tschüss. Kurzer Rückzug. Funktionieren die Luftfilter? Ähnlicher. Mal speichern. Nord haut hier echt rein. Das ist unglaublich. Alle könnten schon wieder eure erste Ja bladen. Zählt nicht. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Sagt, das zählt nicht. Ausbildung. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Ich bin da weiter nach unten. Danke. Manchmal ist es so, dass die Kamera dann hier festpackt. An der Anlemiö. Da muss man noch ein bisschen nachhelfen. Im Aufenthalt. Ja, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp hampfbereit. Wollte schon sagen. Mammutpanzerbereit. Ja, Sir. Da geschafft er das. Auf zur Front. Mammutpanzerbereit. Die Raketen vor denen machen echt guten Schaden gegen Infanterie. Warum sind das Helden? Auf dem Weg. Auf zur Front. Wer hat das den erlaubt? Völlige Überlegenheit. Unbesiegbar. Angegriffen. Initialisierende Videoablink. Hallo, tschüss. Plästig Siberiumbombe verfügbar. Ja, Sir. Nein, will ich nicht. Rück hervor. Unsere Basis wird angegriffen. Meine Befehle. Töter. Auf dem Weg. Wird gebaut. Wollen wir ein bisschen in der... Äh... Was wubsen? Ausbildung. Feindliche Einheiten in dich. Was schön glänzt, der ist Panzer. Bau abgeschossen. Okay, ganz ruhig. Ungeeigneter Bauplatz. Hammerhead online. Upgrade läuft. Ja, Sir. Ein da. Marschbefehl bestätigt. Hammerhead hier. Building upgraded. Got the guns. Watch for flack. Oh Gott. Ausbilden. Where do you need me? Äh. Oh, komm, hier noch ein Sohn Trooper. Ausbilden. Mammutpanzer. Auf zur Front. Mammutpanzer. Dahin, dahin. Ne, geht. Trooper sind einsatzbereit. Trooper stehen bereit. Und du bist wieder verpackt. Okay. Okay, passiert. Hab die hier wieder aufgebaut. Wenn ja, dann muss ich das hier zerstören, bitte. Nein. Sehr schön. Da, 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 da. Abfahren. Ja, nervt da oben. Und rückwärts. Sehr schön. Keine Basis aufgebaut von denen. Rückwärts. Kann sie bleiben. Ja, Sir. Völlige Überlegenheit. Oh. Ai, ai, ai. Mission, äh. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Hammerhead online. Ungeeigneter Bauplatz. Trooper sind einsatzbereit. Wird gebaut. Got the guns. Moving out. Weg mit dem ganzen Scheiß hier. Feindliche Einfluss in sich. Unzureichende Mittel. Dreiheit befördert. Feindliche Stützpunkt in sich. Wegen out. Das muss das Tiberflussbett sein. Äh. Wir können auch schmerzhaft werden. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wecken die ganzen Scheiß hier. So, mehr Energie. Und mehr Geld. Wir sind hier. Hammerhead online. Wir sind einsatzbereit. Was brauchen Sie? Jawohl. Auf geht's, Trooper. Feindliche Einheit. Einheit befördert. Das war ein bisschen zu weit nach vorne. Äh, okay. Äh, okay. Oh, Zeit. Wir müssen ihn zerstören. Einheit wird angegriffen. Parkettentrop 1. Das Zone ist hot. Moving out. Pulling out. Hammerhead online. Unsere Basis wird angegriffen. Rückwärts. Sammler wird angegriffen. Rumputpanzer bereit. Wird gebaut. Äh. Nein, passt. Hammerhead online. Abgebrochen. Heavy Gunship Air Force. True Pasch stehen bereit. Ground support acknowledged. Wir sind hier. Dann wollen wir mal. Aufgepasst. Da rein. Raketentropf kampfbereit. Da rein. Aufgepasst. Ach, dafür bestätigt. Raketen bereit. Ja, Sir. Bauer abgeschlossen. Bauer abgeschlossen. Hammerhead online. Raketentropf vorwärts. Ganttikers. Verstanden, Commander. Und speichern. Oh Gott, das sieht jetzt mit der Hölle besser aus. Bereit. Mammutpanzer bereit. Wird gebaut. Bereit. Das ist einfach zur Reparatur da. Mammutpanzer. Völlige Überlegenheit. Ausbildung. Systeme sind engagiert. Ground support auf der Weg. So. Acknowledged. Getting there. Acknowledged. Acknowledged. Rotors engaged. Moving out. Hier müsste ja keine Luftverteilung gewesen sein, na? Falt dich einreiten mit sich. Gemeins ist ja alles, alles, alles weg. Was ist das denn für Dinger? Acknowledged. 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 Mammut, Einsatzverteilung. Acknowledged. Acknowledged. Mein Geld. Mein schönes Geld. Acknowledged. Acknowledged. Unsere Basis wird angegriffen. Abgebucht. Rotors engaged. Acknowledged. 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 Nervt, Kriegsend. An sich müsste ich Snipers reinmachen, die werden halt ultra effektiv darin gehen. Hier. Acknowledged. Acknowledged. Ich versuche mal jetzt was. Rotors engaged. Äh, ich speichere Feuer, bevor ich es versuche. Einfach reinfliegen und zerstören versuchen. Bau abgeschlossen. Acknowledged. Sicherheit. Einheit wird angegriffen. Die Todes von oben. Hose ihn runter. Target acquired. Der Fehler geht die doch haben. Acknowledged. Freie Feuer. Einheit wird angegriffen. Okay. Das lade ich und dann zeuge ich. Ich gehe einfach direkt auf den Bauhof. Das ist... Okay. Das war doch ein bisschen, äh... Bau abgeschlossen. Systeme engagiert. Ground support auf der Weg. Schau für Flak. Von der Seite auszugehen, wo die, glaube ich, weniger haben. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Kapi. Einheit wird in Sicht. Schau für Flak. Schau für Flak. Ich gehe da. Versuch, deren Versorgung auszuschalten. Einheit wird angegriffen. Oder auch nicht. Gut, dann direkt auf den Bauhof. Pah. Ich bin nicht so umdingt zu wollen. Bau abgeschlossen. Target acquired. Ungeeigneter Bauplatz wird gebaut. Wir wollen es ja nicht anders. Angegriffen. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Okay. Halt eben nicht. Bau abgeschlossen. Halt eben nicht. Ist auch immer gerade passiert. Ich habe keine Ahnung. Ungeeigneter Bauplatz. Auf jeden Fall sind sie alle zusammen zerstört worden. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Bau unterbrochen. Abgebaut. Komm mal, ich versuche mal, die Masterland zu bauen. Versuch mal, Glück. Wahrscheinlich bräuchte ich einfach nur noch mehr. Bau abgeschossen. Da durchzukommen. Wird gebaut. Mammut einsatzbereit. Gebäude verloren. Haltet die Waffen bereit. Gebäude verkauft, nicht verloren. Das ist ein Unterschied. Einheit bereit. Verstanden. Bereit. Ein ganz, ganz großer Unterschied ist das zwischen Verlieren und Verkaufen. Bauarbeiten laufen. Wobei man etwas verkauft, heißt das nicht, dass man... Okay, man hat es... Man hat es ja nicht verloren, ne? Man weiß ja, wo es ist. Wahrscheinlich. Neue Aktionen. Ausbildung. Infanterietrupp. Vorrücken! Na komm, man geht mal durch. Wow. Error. Alles klar. Alles klar. Cool. Team, darfst du... Ich darf das Spiel ruhig beenden. Das wäre schön. Gut, ich müsste jetzt natürlich nicht mehr gucken, wie viel verloren gegangen ist und wie viel nicht am Ende. Wird gebaut. Gebäude verloren. Immer noch verkauft, nicht verloren. Das ist ein Unterschied. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ich drücke Shift und mache Lieg-Click, aber irgendwie genau dann, wenn ich Lieg-Click mache, lasse ich Shift anscheinend los. Bodenunterstützung. Hier lagen Männer. Ground Support. Wir kommen zurück. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Wir geben jetzt Geld aus. Das können wir zumindest viel, 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 viel weniger. Also ab und zu mal noch Luft-Einheiten haben. Ja, ja, vorpassen. Du, 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 Moral-Booster-Duo. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Darf ich da? Neue Bauoptionen. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Mammut einsatzbereit. Einmal voll machen und mehr Geld. Wird gebaut. Got the guns. So, dann speichern wir jetzt mal zwischen. Äh. Das wird jetzt kein Problem. Oh. Ich brauche ein Arsenal. Wird gebaut. Ich habe eine kleine Idee. Eine kleine, nette, feine, supergeile Idee. Mammut einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Ganz, ganz, ganz viel Juggernauts. Spaß haben. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Okay, ich glaube, das Tibirium bedringe ich da unten ein bisschen, aber ist mir egal. Ungeeigneter Bauplatz. Kriegt mein Gator von Wonders hier. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Mastadon. Fully armut. Einsatzbereit. Da ist mein Massadon. Ich will mal ein paar Rigs hier aufbauen, auch noch. Ich brauche mehr Energie. Oh mein Gott. Ich brauche Geld. Oh mein Gott. Ich hatte doch gerade eben noch mehr Geld. Unsere Basis wird angegriffen. Gebäude verloren. Au. Abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Hallo? Ich darf es nicht mehr dahin platzieren. Wird gebaut. Wird gebaut. Infanterie-Trupp. Was für Arschgeigen. Warten auf Einsatzmittel. Melden uns zum Dienst. Bau abgeschlossen. Jawohl. Nette. Nette Gesellen. Bau abgeschlossen. Oder Garzellen. RIG bereit. All stations standing by. Wurde Einsatzbereit. Wollen die gar nicht mehr mich angreifen? Bin ich für die keine Bedrohung mehr? Hallo? Bau unterbrochen. Abgebrochen. Warten auf die Daten. Haltet die Waffen bereit. Ich könnte mich doch nicht auf einmal ignorieren. Haltet die Stellung, Soldaten. Einheit wird angegriffen. Ich könnte auch Neonknummer bauen. Im Leerlauf. Scharfschützen Team. Wir sehen Sie. Also los. Warten auf Einsatzbefinden. Das sieht so gut aus. Transporte einsatzbereit. Siberium für abgenut. Oh, das ist knapp weg davon, okay. Können wir euch mal herstellen. Ich will einfach nur, dass der Ultra gut repariert werden kann, ein bisschen gut repariert werden kann, ein bisschen. Schade. Ja, nicht ganz gut, aber es ist so in Ordnung. Komm, das haben sie neu aufgebaut. Bau abgeschlossen. Äh. Okay, das sind die Upgrades, die man da sieht, alles klar. Ungeeigneter Bauplatz. Okay, das ist ein kurzer Cooldown. Upgrade läuft. Feindliche Einheiten in sich. Upgrade läuft. Jaggernaut erwartet Befehle. Building upgraded. Mammutpanzer bereit. Weg damit. Gefällt mir nicht. Okay. Okay. Warum ist das jetzt schon wieder abgeschmiert? Warum? Was habe ich getan? Ich habe nichts getan, ich schwöre. So, speichern wir jetzt nochmal. Ich hätte auch nach dem Speichern. Aufnahmen weitermachen können, ist egal. So. Schafft er jetzt schon. Wo werden wir gebraucht? Wo werden wir gebraucht? Muss ja nur, äh, dieser, die da müssen weg. Warum sehe ich nur drei? Äh, zwei? Zurück zur Basis. Oh. Am Sprechner und Anfänger bereit. Am Sprechner und Anfänger bereit. Firehawk ist bereit. Warum hast du keine Munitionsanzeige? Haben wir verstanden. Roger, zurück zur Basis. Vollen Schub. Was ist mit dem falsch? Ist mir ernsthaft. Firehawk angedockt und bereit. Wird gebaut. Wir sind stark klar. Feindliche Einheiten in sich. Roger. Kann dir überhaupt irgendwas sein? Oh, halt da. Warum ist dieses Spiel so instabil? Na, jetzt habe ich das falsch gestartet. Das darf doch gerade nicht wahr sein. Also, ich wüsste echt gerne, warum das Spiel immer abschmiert. Und... Du bist jetzt nicht echt, okay. Kannst du... Kannst doch gar nichts machen. Du kannst... Du bist einfach nicht vorhanden. Entstürb mal. Warum werde ich jetzt neu? Warum auch immer beim besten Willen, ich kann es nicht sagen. Mammutpanzer bereit. Unzureichende Mittel. Können wir versuchen einfach sagen. Mammut rückt vorher. Angedockt und bereit. Greif mal an. Warten auf Zielkoordinaten. Verstanden. Haben wir verstanden. Fliegen zu Klinger, dort erwartet Befehle. Mammut einsatzbereit. Vollen Schub. Nochmal speichern. Irgendwas muss passieren, dass das Spiel abschmiert. Was? Kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Wir greifen an. Wie viele... Wie viele braucht man denn? Hier zu viele. Spiel bitte. Nicht abspielen oder so. Einheit wird angegriffen. Mammut einsatzbereit. Überleben mal. Blau abgeschossen. Siberiumfeld abgebaut. Mach sie fertig. Wir machen ja zuerst jetzt mal die fertig. Liebe, liebe Not muss weg. Wir machen es irgendwie gar nichts. Wollen wir auch immer. Irgendwie wollte er wieder ab und zu nicht schießen. Und da her. Von daher. Aber die schaffen das jetzt schon. Klar waren die... Die schießen schneller als normal, oder? Wir sind startklar. Einheit wird angegriffen. Feuerhawk ist bereit. Oh. Hier Transporter. Ziel eingeloggt. Einheit befördert. Landung vorbereiten. Auf zur Front. We're running hunting. Oh. Einheit wird angegriffen. Alles klar. Mammut einsatzbereit. Einheit verloren. Ausbildung. Einsatzziel erreicht. Sehr schön. Ne, 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 ne. Hört auf damit. Diesmal nicht. Oh, oh. Es waren wahrscheinlich noch die Minen. Salamander. Okay. Euch kenn ich aus One Vision. Die Kodi gab es ja auch in One Vision. Sind also auch gefordert, gell? Aber egal. Die Mammuts sollten es packen. Habe ich bei Juggernauts oder Mammuts gesagt? Okay nochmal speichern. Oh Gott. Ich dachte schon gerade. Oh. 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 Nein. Oh. Oh. Nein. Dann laufen wir da hin jetzt. Okay. Okay. So nochmal mit nach oben. Warum auch immer der hier existiert? Schon wieder ein kaputter. Nee. Ist hier noch irgendwas? Nichts interessantes. Die Frage, komme ich da oben hin, dass ich mit den Juggernauts das dann einfach angreifen kann? Nö, zurück. Er ist nur Energie gewesen. Nochmal. Einheit wird angegriffen. Einheit für die feindliche Einheit. Sehr schön. Ja. Es funktioniert, Commander. Die Invasoren geben auf. Sie sind wehrlos. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen, Commander. Wir haben gewonnen. Hat auch lang genug gedauert. Ohne böse Sende. Ja, scheiß drauf. Die GDI hat einen fantastischen Sieg errungen. Und die Invasoren hoffentlich entscheidend vernichtet. Sehr gut, Commander. Alle Achtung. Sie haben die Invasoren geschlagen. Und zwar auf die richtige Art. Alle Türme sind zerstört, bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding schon uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Übrigens, haben Sie es schon gehört? Boyle ist zurückgetreten, Commander. Er wäre sonst vors Kriegsgericht zitiert worden wegen des Einsatzes der Tiberium-Bombe. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber die GDI hat eine neue Führung und neue Hoffnung. Sie sind ein Held, Commander. Und man wird sie ewig im Gedächtnis behalten. Sie gehen in die Geschichte ein. Dankeschön. Und mal mit einem guten Ende. Von daher war es das mit der Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, Katze, ganz ruhig. Lasst doch ein Like da. Katze, du musst jetzt nicht ausreden. Egal. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge in der Notkampagne wieder. Okay, Katze, spring doch hoch. Ordnung. Bis dahin. Shereo. Bis dahin. Hussein Voram. Nerf bis dahin. Run hide. Schvana Chaos. Aus面记从örper vida. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.